Herzlich Willkommen in Kolas Hotel und Speiselokal Engel in Bühl-Wimbuch. Zwischen Nordschwarzwald und Elsass an der badischen Weinstraße gelegen, sorgen wir seit über 40 Jahren dafür, dass sich unsere Gäste auch wirklich als solche fühlen können. Wer uns besucht, dem soll es an nichts mangeln. Der Duft aus unserer Küche macht Appetit, denn wir servieren traditionelle badische Gerichte mit dem gewissen Etwas. Ein Gefühl wie Heimkommen, das möchten wir unseren Hotelgästen bieten. In unseren gemütlich gestalteten Gästezimmern sorgen wir für einen komfortablen Aufenthalt. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch. Denn wo sich Menschen zum Genießen treffen, da sollen sie sich wie zu Hause fühlen.